Hallo ihr Lieben und willkommen zum Mastery Video. In diesem Video gibt es vier Aufgaben, die dein Wissen über Piktogramme auf die Probe stellen werden. Wenn du die letzten drei Videos gut mitverfolgt hast, dann wird das kein Problem für dich sein. Hol dir bitte ein Heft oder ein Blatt Papier und einen Stift. Stoppe jetzt das Video und leg dir alles bereit. Fassen wir zusammen, was du bisher gelernt hast. Du weißt inzwischen, was ein Piktogramm ist und wie man es beschriftet. Du weißt auch, dass die Wertigkeit eines Symbols angibt, wie viele Objekte mit einem Symbol dargestellt werden. Außerdem weißt du, dass man auch halbe oder kleine Symbole verwenden kann, um verschieden große Wertigkeiten darzustellen. Kommen wir nun zu deiner ersten Aufgabe. Welche Wertigkeit hat ein Ei-Symbol, wenn diese Darstellung die absolute Häufigkeit von zwölf abbildet? Stoppe jetzt das Video und notiere dir deine Antwort auf dem Papier vor dir. Hast du die Antwort notiert? Super, dann lass uns vergleichen. Die Antwort lautet, die Wertigkeit von einem Ei-Symbol ist vier. Drei solche Ei-Symbole stellen somit die absolute Häufigkeit von zwölf dar. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Nun zur zweiten Aufgabe. In einer Schule wurde eine Umfrage über die Lieblingstiere der SchülerInnen durchgeführt. Schau dir das Piktogramm an und beantworte die Fragen dazu. Hier siehst du das Piktogramm. Es gibt fünf Tiere, die als Lieblingstier angegeben werden konnten. Katze, Hund, Hase, Schildkröte und Pferd. Die Wertigkeit eines ganzen Symbols ist 20. Ein Katzen-Symbol steht also für 20 SchülerInnen. Ein halbes steht für 10 SchülerInnen. Jede Schülerin und jeder Schüler dürfte genau eines dieser Tiere als ihr bzw. sein Lieblingstier wählen. Kommen wir nun zu den Fragen. Lies sie dir gut durch, stoppe das Video und beantworte die Fragen auf dem Blatt oder in deinem Heft. Bist du schon fertig? Okay, dann können wir jetzt vergleichen. Wie viele SchülerInnen wurden circa befragt? Im Piktogramm sind 19 ganze und 3 halbe Symbole abgebildet. Das sind also 20 einhalb Symbolssymbole. Die Wertigkeit für ein ganzes Symbol ist 20. Multipliziert man 20,5 mit 20, erhält man 410. Es wurden also circa 410 SchülerInnen befragt. Hast du auch diese Antwort aufgeschrieben? Super! Machen wir weiter. Um die nächste Frage zu beantworten, müssen wir die absoluten Häufigkeiten der einzelnen Kategorien ermitteln. In der Kategorie Katze siehst du fünf ganze Symbole und ein halbes Symbol. Da ein ganzes Symbol die Wertigkeit 20 hat, haben insgesamt circa 110 SchülerInnen für Katze gestimmt. Hast du auch dieses Ergebnis? Sehr gut! Genauso gehen wir bei den nächsten Kategorien vor. Es haben circa 120 SchülerInnen für Hund, circa 70 SchülerInnen für Hase, circa 40 SchülerInnen für Schildkröte und circa 70 SchülerInnen für das Pferd als ihr Lieblingstier gestimmt. Bist du auch auf diese Zahlen gekommen? Gut gemacht! Vermutlich ist dir aufgefallen, dass ich bei dieser Aufgabe immer wieder das Wort circa verwendet habe. Circa bedeutet ungefähr. Weißt du, wieso wir die absoluten Häufigkeiten nur circa angeben konnten? Das beantworten wir in der dritten Frage. Wie genau stimmen die abgelesenen Werte? Nun ja, in dieser Aufgabe ist die kleinste Wertigkeit 10, da auch halbe Symbole angegeben werden. Bei jeder Kategorie runden wir die absolute Häufigkeit der SchülerInnen auf 10er. Dadurch kann es also jeweils zu einem Rundungsfehler von bis zu 5 kommen. Vergleichen wir zum Beispiel die Kategorien Hase und Pferd. Hier sind jeweils drei ganze und ein halbes Symbol angegeben. Es müssen aber nicht exakt gleich viele SchülerInnen für Hase und Pferd abgestimmt haben. Zum Beispiel könnten 65 SchülerInnen für Hase und 74 SchülerInnen für Pferd abgestimmt haben. Beide Zahlen würden hier auf 70 gerundet werden. Die exakten Anzahlen können wir also nicht ablesen. Statt eines Piktogramms würde sich stattdessen ein Säulendiagramm gut eignen. Dabei können die Werte genau und ohne Rundungsfehler dargestellt werden. Jetzt haben wir schon zwei Aufgaben gelöst. Kommen wir zur dritten Aufgabe. Conny hat aus den Bevölkerungszahlen gerundet auf Zehntausender von fünf Landeshauptstädten ein Piktogramm erstellt. Leider ist sie nicht ganz fertig geworden, wodurch ihre Tabelle so aussieht. Vervollständige das Piktogramm, indem du die Wertigkeiten der Symbole angibst. Schreib die Tabelle ab und vervollständige sie, indem du die absoluten Häufigkeiten in die zweite Spalte einträgst. Stoppe jetzt das Video und notiere deine Antworten auf dem Blatt Papier vor dir. Bist du schon fertig? Super, dann lass uns vergleichen. Wir haben gesehen, dass Conny für die Anzahl 300.000 drei große Symbole verwendet hat. Das heißt also, dass ein großes Symbol die Wertigkeit von 100.000 hat. Dann hat Conny für die absolute Anzahl 160.000 ein großes und sechs kleine Symbole verwendet. Wir wissen bereits, dass ein großes Symbol die Wertigkeit 100.000 besitzt. Daher hat ein kleines Symbol eine Wertigkeit von 10.000. Mit diesem Wissen können wir nun auch die Tabelle vervollständigen. So sollte die Tabelle aussehen. Stoppe das Video und vergleiche die Antworten. Hast du dieselben Zahlen eingefüllt? Super, dann wollen wir uns die letzte Aufgabe anschauen. Für die vierte Aufgabe gibt es ein neues Piktogramm. Es stellt die österreichische Bevölkerung eingeteilt in drei Altersgruppen dar. Stoppe jetzt das Video und schau dir das Piktogramm gut an. Kommen wir nun zur Aufgabe. Lies dir die Aussagen gut durch und vergleiche sie mit dem Piktogramm. Notiere auf deinem Blatt, welche der Aussagen richtig und welche falsch sind. Stelle falsche Aussagen richtig. Stoppe dafür jetzt das Video. Bist du schon fertig? Super, dann lass uns vergleichen. Erste Aussage. Mehr als die Hälfte sind 20 bis 64 Jahre alt. Lass uns kontrollieren. Die Altersgruppe 20 bis 64-Jährige ist blau dargestellt. Zählen wir nach. Es gibt genau 22 blaue Symbole. Insgesamt gibt es 36 Symbole. Die Hälfte von 36 ist 18. Da 22 größer als 18 ist, sind mehr als die Hälfte der Symbole blau. Die Aussage stimmt. Zweite Aussage. Ungefähr sieben Menschen sind 19 Jahre alt oder jünger. Denk mal gut nach. Klingt die Aussage richtig? Sieben Menschen sind doch sehr wenig. Im Piktogramm sind die 0 bis 19-Jährigen im Gelb dargestellt. Es gibt sieben solcher Symbole. Jede Symbol hat eine Wertigkeit von 250.000. Das entspricht also insgesamt einer Million 750.000 Personen. Somit ist die Aussage falsch. Richtig wäre, ungefähr eine Million 750.000 Personen sind 19 Jahre alt oder jünger. Dritte Aussage. Ungefähr eine Million 750.000 Personen sind 65 Jahre alt oder älter. Im Piktogramm sind sieben Symbole rot. Mit der Wertigkeit von 250.000 entspricht das also eine Million 750.000 Personen. Somit ist die Aussage richtig. Kommen wir zur vierten Aussage. Es gibt ungefähr gleich viele 0 bis 19-Jährige wie Personen über 65. Vergleichen wir die gelben und roten Symbole im Piktogramm. In beiden Farben gibt es sieben Symbole. Daher ist die Aussage richtig. Du musst aber bedenken, dass die Anzahlen der Personen auf je 250.000 gerundet sind. Somit sind es nur ungefähr gleich viele und nicht genau gleich viele. Super! Die letzte Aufgabe ist somit auch gelöst. Und das war es auch schon mit dem Lernzyklus zum Thema Piktogramme. Mit dem Wissen, dass du dir in diesem Lernzyklus angeeignet hast, bist du nun super vorbereitet. Weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Üben. Mach's gut! Tschüss!